willkommen zum video ich zeige euch wie man beispielsweise muss matrix wie man etwas in die matrix reinschreiben kann ohne dass man sich jetzt hier was umbauen muss dazu brauchen wir ein programm wie man das hier macht also den link in der beschreibung wollen wie jetzt hier mal zeige ich euch hier wie man das hier machen kann so wir müssen jetzt mal das absenden und bitte auf dem desktop das ist sehr wichtig und ich würde auch wissen was erklären dass ein bisschen verständlich zu machen wie das machen können und soll gesagt so dass mit dem er jetzt heute hat er auch nicht mehr gemäckert weil ich für diese scheiß bestätigung bestätigen gegen was und über das ganze ich würde auf jeden fall hier da dort hier entpacken gehen und nicht jeden packen sonst packt er alles auf dem desktop und da so um über sich verloren so wir haben natürlich diesen ordner hier lesen schmeißen jetzt schon mal weg hier den brauchst du nicht mehr weil das ein archiv ist und wir haben natürlich hier eine und du wirst hier ausführen und so dann kriegen wir jetzt hier auch weiter dazu gehen wir jetzt auch weiter desktop symbol installierst du das und natürlich wie viel dass es geöffnet möchte gerne geöffnet und jetzt jetzt eigentlich wie ich jetzt fragte auch wo liegt das spiel denn ob das ganze in diesen festplatte also jeder fest da oder dort oder liegt es da und ob da jetzt dann ist das und dann geht es jetzt hier was machen muss das ist das ist verständlich und die ist die da 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 und ok so dass man bisher mehr sehen kann und wir haben natürlich jetzt alles die sind das auch fast aufgefallen dass jetzt alle die hofdateien andere bezeichnungen bekommen hatten das heißt du hast hier gehen wir mal irgendein bus rein die wir gerne verstalten wollen ich glaube der eine standard matrix besitzt ich glaube ich nehme den hoch über 30 in dem wir mal die grundauf datei da öffnen und dazu ist erhalten sind die bekannten ziele und das heißt wirklich mal was mein darf dass das mal da macht man schnitt zu mir das brauchte nicht das könnte auf hofdateien gehen und jetzt können dadurch schildern und solche sachen bekommt betriebs hat schildern wir können auch andere linien bearbeiten wir können noch andere sachen aber ich habe mich mit den sachen nicht befasst ich habe mir einfach mit darunter ziele beschaffen und finden und hier ist das ziel und wir gehen jetzt auf plus und ich möchte dass das ziel dienstfahrt heißt oder betriebsfahrt das ist natürlich auch so jetzt schreibt er einfach hin ich möchte gerne deshalb jetzt schreibe ich mal was hin und so so dann müssen wir auch noch den ebus code eingeben wichtig was wir jetzt hinschreiben wenn es die zahl doppelt ist dann gibt es ganz fehler und das wollen wir nicht und zwar ich möchte gerne das das 50 heißt normal war natürlich halten wir machen mal ich will das 120 so passt ihr könnt doch diese marke aktivieren das lassen wir schon drin aber wir wollen natürlich keine fahrgäste weil das so heißt und da steigt sogar und jetzt kommen beispiel zu beschriftung das heißt jetzt hier es kann ja wirklich sein dass an der tastatur das ist immer so weil er wird alles im cap stop geschrieben und ich halte so jetzt gebe ich aber ein netz schön ein hier kann man schreiben das kann man schreiben dann machen wir es auch schön groß hier ist dann auch auch die ebs 2 gehen packen das machen lehrzeichen weg und dazu könnte es auch so könnte sich das zählen dann gehen wir mal die das ziel das heißt dann kann sein natürlich weitermachen können ja auch aus den anderen ordnern zum beispiel hier zum beispiel kann man sich auch welche kopieren lassen ich suche mal einfach reden da aus ich glaube freifurt hat natürlich die zwar drin weil das weiß ich ganz genau weil ich bin auch jeder kennt ich besitze freifurt ist ja keine frage ich mag gerne ich mag ich mag freifurt also ganz ehrlich und das sei es auch das ist ein bisschen bisschen beschissen gerade eben weil das jetzt scheiß not kann man nicht daran dass man mit den text editor mit normalen windows 1 8 15 ran so das kopieren wir jetzt einfach mal und das gibt ihr hier und gibt ja die anaxx 2 1 und die hier ein und so wie auch so nicht und hier auf die bis 1 sehr wichtig warum schreibe ich dir nix hin und weil das habe ich auch so ein video geguckt wenn man das da was rein schreibt dann kommt natürlich auch so geht oben und unten das drauf steht dass sie kacke aus und das wollen wir nicht hier sind noch ein paar andere so lavo 1 lavo 2 und diese das kannst du ruhig weglassen das hat keine auswirkung auch diese bekannten wiegen dinge kannst du lass mal und halt ne und ups scheiße jetzt habe ich scheiße gebaut ich habe ja naja ihr mögen ja gerne da kann der schützen doch mal hier ja kann auch mal vorkommen man redet und solche sachen und dann braucht man scheiße jetzt kann man natürlich alt wird so müssen wir kurz kopieren ich gucke mal kurz den inhalt hier dann dass man das ganze machen kann so da an axx 2 und bis hinten so wie okay da muss ich das ab beschriften das ist so nicht nach aber nicht so viele ziele nur ein paar ziele das ein bisschen abwechslung gibt so dann zeige ich euch gleich wie die die ziele danach aufrufen könnt so dann muss man dir noch mal ändern hier das ist die mit den caps lockt und solche sachen kann man machen muss bitte weil es nicht natürlich muss typen abhängig was ihr natürlich drauf schreibt automatics und so weiter so können auch solche sachen machen aber das würde ich nicht machen und wir gehen jetzt auf speichern gespeichert so können auch unterschreiben aber was mache ich nicht wir gehen jetzt einfach mal einfach importieren und acht warnung ist das schon mal vorwarnung alle dateien die namen kronendorf hof wills werden überschrieben das sind wir praktisch weil da kannst du auch hier weißen die noch mal selber aussuchen und dass wir alle überschrieben werden können dass es ziemlich praktisch findet von meiner meinung nach und ziemlich auch viele praktisch da hast du schon wieder ordner hier und flüchendurch besuchen aber diesen aus ob das ganze auch hier drin ist auch ist hier drin das ziel welche ziele reichen genau genau nicht geht das geht nicht ich glaube das überschreiben funktioniert auch so in den arsch aber wir gehen jetzt wo du den bus herbearbeitet hast ne das ist jetzt die taro hier und das kiste hier und fügen das ganze mal hier einfach einfach gut deutsche ein und solche sachen mache aber mit beiden muss eine ausprobierung mache jetzt aber mit den standards taro und ja ich habe natürlich habe in dieses update erfolgreich weil diese oberfläche hier kann es ja wahrscheinlich mal rüber zeigen hier nein kann ich nicht also das heißt zeige ich mal kurz mal schnell ich zeige es mal hier ab ja hier ist ich kann sie nicht hier rüber ziehen und solche sagen ich kann bin jetzt fest gehackt ja dann muss ich mal schauen vielleicht über die steam vielleicht mal neustadt nur so und jetzt zeige ich euch das ergebnis ja kann ich auch noch auf ihr müsst auch bedenken die ziele müsste auch vielleicht mal aufschreiben und so man kann auch fürchten auch das sachen in der muslinien da in den sachen bearbeiten außer kannst du auch vielleicht zeige ich irgendwann mal wie man beispielsweise kennzeichen danach abändern kann dass man sich das standard die berliner kennzeichen bekommen bei jeder jeder bus hat diese kennzeichen drin ist egal welchen bus die günstig ist segel 1 und ja so hat dieses schöne bild von marburg und die da wo ich da war ein bisschen schöne schlappen mit den gönnt schön ist halt ne fangen wir wissen zufrieden an schlappen und so halt ne das wissen natürlich ein bisschen eingewöhnen und ja ist natürlich halt ne alltagsschlappen und so halt ne aber wenn es zum beispiel für mich nichts passt aber nicht gut geht dann ziehe ich normale schuhe an ne das ist natürlich halt ne aber jetzt war mir ist es sich natürlich nur kurz so sagen ne also natürlich das thema immer so wichtig wenn du alles hier im catchlock eben um sie wird es so dann großgestellt weil es ist das juckt auch gar nicht so spielen etwa ob du das ist klein schreiben würdest du das groß schreiben würdest über mir war das so auf meinen anderen gerät wo ich wissen was reingeschrieben habe das funktioniert also da hat es jetzt mal öffnet den man schnell hier und ja bei diesem spiel hat er keine 64 bit und zwischendurch man hat auch am anfang keine 64 bit guck mal nach hier ob du schon online ist mücken online und vermuten ja er wollte eigentlich mit dem grafik mod fahren aber ganz ehrlich der grafik mod funktioniert nicht mehr ich weiß es nicht ich glaube bei euch ich weiß es nicht ob ich das bei euch euch funktionieren tut bei mir will er nicht und durchdurch kriegt eine fehlermeldung was soll ich kriege eine fehlermeldung ich habe es auf gut deutsch gesagt ich habe das die installiert ich habe diesen ganzen kack weg machen und ja ist halt ich habe so viele gänge maps hier noch in drinnen die noch wohlfühlen tut meine gute und ich habe natürlich dieses wo man natürlich dieses addon da wo ich das flughafen fahren kann aber statt der dinge das interessiert mir uns nicht wir wollen jetzt nur diese matrixen jetzt zeigen hier wie das ganze haben das über kronendorf verarbeitet jetzt zeige ich euch das mal ihr könnt auch evaluieren dass ihr beispiel denkt ja ich würde gerne ziele vom rollband machen das ist da habe ich keine ahnung und zwischendurch da habe ich nur vom busse nur normale busse für die matrix version ja sehr wohl aber natürlich ein kissen wenn wir eine aschie viel so heiß ist ja abend auch kommt weiß auch wir suchen jetzt einfach mal irgendein bus aus wird euch zwei stück präsentieren ich würde euch zwei stück von der matrix zeiten würde hier auch gleich zwei stücke spornen nicht den sondern ja dich es kann auch scheißegal ich nehme jetzt den ersten der wird angezeigt und den ich jetzt weiß was pass auf ich nehme jetzt sehen einfach ich weiß ja viele menschen sagen es ist mir das die knappe du blutest teiler sonst weiß ich gleich die gänge sonst ich möchte jetzt einfach nicht eskaliert ich kann auch wieder auf tag machen dann war es ruhig auf dem gelände so das ist natürlich hier der erste bus hier dann wurde uns den zweiten natürlich 1 oder 2 ich glaube damit linie oder zwei von der reinbahnversion dann immer auch mal von muss man direkt positionieren gegen die besser das mehr sehen können da habe ich mal festgestellt ich werde einfach nicht so ich würde so in der mitte platzieren die böse das besser erkennen können wenn dann beispiel mal denkt weil wir alles teuer geworden ist alles teuer macht ja keinen spaß nicht schön und jetzt geht mir voll auf den piste die dinge machen jetzt mal hell eigentlich hat es eigentlich jetzt hält ja also wie gesagt grafik mod der ist weg also das zwischendurch hier kann ich kein ist ja sonst schließe ich mein um sie weg ich habe natürlich noch bei abend oder ganz spät noch ein bisschen videos geguckt weil jeder kennt das ist da haben geworden ist und zwischendurch sein körper gewohnt sich gewöhnt sich noch dran und zwischendurch man da hat man sich mit dem autor gucken bis hin fernsehen kann es noch durch laufen lassen aber ein bisschen zwei stück und dann ja eigentlich hält sofort gedacht das ist der falsche positioniert da muss man müssen vier positionieren so hier geht dahin so mehr nur auch kommt mal her die beiden zitter aus die liebhaber hast du schon hin nein das ist dann jetzt aber nicht jetzt noch ein bisschen noch besser sein bis an mehr kommt aber das wird so jetzt wollen wir gucken ob sie klappt hat dazu gibt man ziele 120 da steht jetzt auch schon das ist das studie gibt es geht auch hier rein hier zeige ich euch das ganze ist vom ort das von liebe an bekannte version und der funktioniert auch mehr kann der sehen das kann ich auch zeigen das heißt natürlich sind hier alle die ziele alle vorgängig da sind natürlich mindestens nur drei zeige ich mal hier da stelle ich das himmel und hier schließlich mein dienstbad und sei es das ergebnis hier und ja ich glaube die 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 sie sitzt nicht so richtig ich glaube der andere muss man richtig mal noch mal nachfahren ich das weiß oder jetzt muss man nachfahren war aber wieder ein kack sound da kann sich einer wieder freund hier wieder ein kack sound hier der scheiß kriegst du ordentlich mehr ist von diesen sagen ja immer wenn noch ein bus was kommt geht sie scheiß haus reingebunden oder so aber man muss natürlich hier gehen wir doch ein band auch mal die tür öffnen wird so jetzt passt perfekt das ist ein ergebnis jetzt könnt ihr hier machen man ein foto hier und dazu könnt ihr hier einfach auch gut deutsch gesagt ihr könnt hier sachen machen und ihr könnt einfach sachen schreiben in die markt ist ein schreiben und er hat natürlich auch eure vergnügung und natürlich müssen bedenken im verhandeln das zwischendurch noch mal installieren wenn irgendwas mal schief geht oder solche sachen einfach mal frag mal lasst du mal die beispiel die matrix schildern kann einfach mal fragen und damit funktioniert das auch und zwischendurch hat euch gezeigt wie beispiel die maße ins reinsteigen kannst du und kannst du auch ein ganz viele möglichkeiten machen kannst du auch die einstellen wahrscheinlich auch verarbeiten und solche sachen also mit diesem programm seite wahrscheinlich auch fündig zeige es noch einmal und da könnt ihr ganz viele sachen erstellen und so sagen viel spaß damit und gute zeit und viel vergnügen bei ziele erstellen und tschüss tschüss